Guten Tag meine Damen und Herren, falls OBS bei euch den Ton und das Video asynchron darstellt, habe ich eine Lösung. Eine von wahrscheinlich vielen. Ihr öffnet OBS, geht in den Mixer und sucht eben genau die Audioquelle heraus, die für den Gamesound, der verschoben ist, zum Beispiel zuständig wäre. Bei mir ist es Desktop-Audio, dann geht ihr auf dieses Zahnrad, danach auf Eigenschaften und dann nehmt ihr diesen Haken raus. Drückt auf Fertig und dann ist die Sache erledigt, zumindest bei mir, sogar live. Ihr müsst nicht mehr neu starten. Wie es zu dem Problem kommt, weiß ich selbst nicht genau. Bei mir trat es jetzt zweimal auf, über Jahre verschoben und bei beiden Malen hatte ich ein Delay drin im Stream, den ich aber dann auch wieder rausgemacht habe, Stream neu gestartet habe. Stream läuft perfekt synchron. Drei Tage später oder zwei Tage später mache ich den Stream wieder an, ohne was zu verändern und dann habe ich Asynchronität drin. Keine Ahnung, aber so kann man es auf jeden Fall lösen, so habe ich es jetzt auch komplett gelöst. Egal, ob ich jetzt mit Delay stream oder auch nicht. Wenn der Haken hier raus ist, dann läuft es. Haut rein.